Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 2. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 844 und heute habe ich die folgenden Themen. ZTE und Huawei, FileJuggler.td, Wear 4100+, Audacity 2.4.2 und Spotify Premium Duo. So, ja, gestern haben mich einige Meldungen erreicht mit dem Datum, dem 31. Juni. Den gibt es natürlich nicht, ich habe es ja dann schlussendlich in der letzten paar Sekunden vom Podcast auch noch bemerkt und noch kurz einfließen lassen. Es tut mir leid, diese Tage und Nächte und alles ist gerade ein bisschen streng. Aber ja, ich probiere es weiterhin, die Folge um 4 Uhr morgens rauszuschmeissen und beginne jetzt, wie gesagt, mit ZTE und Huawei. Mittlerweile hat man das Ganze nochmals ein bisschen verschärft in den Staaten und ZTE und Huawei beide als sehr, sehr böse eingestuft. Und alle Firmen, die Kooperationen mit den Firmen machen, das ist ja schon länger, draussen hat man eingeschränkt und bestraft oder verboten, das zu tun. Jetzt ist es auch so, dass Mobilfunkanbieter in den Staaten, die auf Produkte der beiden zurücksetzen, von staatlichen Subventionen ausgeschlossen werden. Unglaublich, wie das Ganze da vorwärts geht und bedenklich, was da alles passiert. Ziemlich, ziemlich unschön. Gleichzeitig aber auch speziell, wenn man dann Routertests sieht von verschiedenen Modellen und dann merkt, dass das Fraunhofer-Institut die Huawei-Geräte nicht getestet hat, weil die anscheinend die Firmware nicht freigegeben haben für sie, damit sie einschauen können. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben, aber alles so ein bisschen mit Geschmäckle. Ich glaube mal nach wie vor, wie immer, an das Gute in den Menschen und den Ganzen, außer bei Google, ihr wisst ja. Aber ja, komme ich weiter zu einem Programm, das mein lieber Podcast-Kollege Matthias Schüssler vom, ja, wo ist es jetzt schon wieder? Nerdfunk, genau jetzt ist es gegangen, gefunden hat. Ist etwas, was man vom Mac her mit Hazel schon seit vielen Jahren kennt. Und wer da was in der Windows-Welt gesucht hat, der wird fündig beim File-Juggler. Mit dem Joggling, Jonglier-App kann man nämlich Daten auf dem Desktop oder sonst im System irgendwo anders hinfügen. Ganze Ordner oder einzelne Dateien, PDFs, Bilder und so weiter können da sauber versorgt werden. Ich habe das früher mit der Hazel-App sehr viel gemacht, um meinen Messisch-Schreibtisch, also den digitalen, jeweils am Abend aufgeräumt. Ich habe alle Bilder, alle Excels und alles so weiter, die ganzen Daten in den jeweiligen Ort oder in die jeweilige Cloud verschoben. Hierbei ist wirklich tolle Geschichte, muss man einfach immer aufpassen, wobei das mit Löschen und solchen Befehlen zu tun hat. Da kann man auch schnell mal was weglöschen, was man nicht wollte. Aber für das gibt es ja Backups. Also seid vorsichtig, habt Freude daran, aber denkt an eure Backups. Weiter geht es mit TD. TD, wie man es auch immer ausspricht, ist ein neues Smart-Schloss, das auf den Markt gekommen ist. Nach Dunlok, Nuki und wie die alle heissen, kommt jetzt ein weiteres Produkt aus dem deutschen Bereich. Auf dem Markt ist ein Joint Venture von Gerda, 30 Jahre Erfahrung in Tür- und Schlossherstellung und einem kleinen Technikunternehmen Predica. Also ich weiss nicht, ob sie klein sind, aber ich sage es jetzt einfach mal so, entschuldige mich, falls dem nicht so ist. Die haben sich zusammengeschlossen und bieten jetzt ein kleines und sehr, sehr schick aussehendes Türschloss. Ich bin extrem gespannt und hoffe, dass ich das bald selber mal austesten kann. Für all die Schweizer, die hier zuhören, es ist noch nicht kompatibel mit unseren Rundzylindern, die wir haben. Aber wenn ihr, wie ich, auf der einen Türe zumindest einen Euro-Profilzylinder habt, dann könnt ihr schon zugreifen. Dann hat Snapdragon, also besser gesagt Qualcomm, einen neuen Prozessor ausgeschmissen, auf den ich schon lange gewartet habe. Viele Smartwatches, die es so gibt in der Android-Welt, also mit Wear OS, sind nämlich mit dem 2100er unterwegs oder wenn es das höchste Gefühl ist mit dem 3100er. Sogar die Hublot, also die teure 5.000, 6.000 Währungseinheiten, teure Smartwatch hat noch den, ja mittlerweile, ich glaube schon zweijährigen Chip drin, der doch ein bisschen Jahre gekommen ist. Jetzt neu gibt es den Snapdragon Wear 4100 und Plus und was kann der? Der ist schneller, er startet bis zu, was waren es, 80%, 85% schneller. Der Apps wechseln zwischen den Apps und so weiter. Die Reaktionsgeschwindigkeit soll schneller werden und er soll auch dank der 12nm Chip-Architektur Strom sparen und das bis zu 25%. Ist nicht so viel, aber immerhin ein bisschen Strom sparen ist nie verkehrt. Der Chip versteht Bluetooth 5, NFC, WiFi N und kann auch mit dem LTE-Modem umgehen und auch mit Kameramodulen. Ich bin gespannt, wann die ersten Fossil und anderen Uhren mit dem Chip kommen und werde die Nachmöglichkeit natürlich dann auch für euch testen. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten aus dem Hause Spotify. Die haben nämlich einen neuen Abo vorgestellt. Das gehört auf den Namen Spotify Premium Duo und ist gedacht für Pärchen oder für Menschen, die in RV gewohnt, zu zweit. Nämlich ein zweier Abo, damit man nicht aufs Familienabo zurückgreifen muss oder sich sonst einen Account teilen, was ja nicht geht. Und wie das Ganze funktioniert, was für Möglichkeiten das habt, wie immer in den Shownotes, im Podcatcher eures Vertrauens oder auf daily.geektalk zum Anklicken und Nachlesen. Und ich bin ganz stolz auf unsere lieben Mitbewohner hier in der Schweiz. Wir haben nämlich es geschafft, oder fast geschafft, die Millionen installierter Swiss-Covid-Apps sind bald erreicht. Also weiterhin fleissig weitergeben, installiert die App, nutzt sie, wenn ihr dann möchtet und seid glücklich damit. Oder lasst es sein, wie ihr auch immer möchtet. Man will euch ja nichts vorschreiben. In diesem Sinne euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn das alles klappt, morgen am Freitag wieder. In diesem Sinne bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.